Naja, jedenfalls hatten wir denn eine ganze Weile gequatscht, weißt du, über dies und über das und über meinen Fuß. Das wollte ich dir ja vorhin noch erzählen mit dieser, ich dachte, mich hätte am Fuß die so genannte Kribbelmöcke gestochen, Heinz. Ja, ich habe da seit drei Tagen zwei Stiche, einen habe ich, ich habe so gekratzt, Heinz, das hat gejuckt. Das hat gejuckt wie Teufel, sag ich dir. Das hat sich entzündet, das hat richtig, nein, ein richtiger extremer Juckreiz. Aber sowas von extrem. Ja, und das wird jetzt besser. Habe ich denn immer mir badet den Fuß und habe mit Kamille das abgetupft. Das hat sehr gut geholfen, aber das braucht halt seine Zeit und herkömmliche Mückenstiche, die sind schneller weg. Das sind zwei Oschi, sag ich dir, auch drumherum. Die Kribbelmücke, die grassiert ja hier im Moment.